Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich möchte heute ein Rubbellos Silber machen. Das ist eine total schöne Idee als Gutschein für jemanden zu Weihnachten, zum Geburtstag oder einfach so zwischendrin. Es ist ganz einfach und sieht richtig schön aus. Seht selbst. Ihr braucht Pappe oder Papier, dann so ein Stückchen Klebefolie. Das ist so eine Folie, womit man Bücher einschlagen kann. Dann braucht ihr so Farbe. Das ist Acrylfarbe, matte Farbe und in der Farbe Silber. Die habe ich, dieses kleine Gläschen hier, für 2,99 Euro im Bastelladen gekauft. Dazu braucht man einen Pinsel, dann einen Stift und Klebe. So, als erstes habe ich mir meine Pappe so zurechtgeschnitten, dass ich so ein kleines Kärtchen habe. Und auf einem Rubbellos kann man ja immer verschiedene Felder freirubbeln. Und ich möchte so drei Felder hier drauf machen. So, aus Papier schneide ich jetzt drei gleich große Kreise aus. Ihr könnt natürlich auch wieder Pappe benutzen oder sonst irgendwas anderes. Das kann auch weißes Papier sein, wie ihr wollt. Ich habe jetzt rotes, weil ich finde, das passt hier ganz gut zu. So, das sind meine drei Kreise. Ich habe die einfach per Hand ausgeschnitten, aber man kann natürlich auch einen Zirkel benutzen, damit die wirklich rund werden. So, auf die Kreise kann man jetzt verschiedene Sachen draufschreiben. Ich schreibe zum Beispiel Schokolade und Kaffee und Gummibärchen. Und hinterher derjenige, der das losbekommt, kann es dann freirubbeln und gewinnt dann entweder Schokolade, Kaffee oder Gummibärchen. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Sachen draufschreiben oder ihr könnt auch unter jedes das Gleiche schreiben, weil es wird ja hinterher nur eins freigerubbelt, wenn das hier drauf ist und derjenige weiß ja nicht, was unter den anderen ist. Wenn ihr so eine Sache verschenken wollt, dann ist das trotzdem eine ganz kreative Idee, wenn man das dann so in Form von einem Rubbel losmacht. Bei mir kann man jetzt wirklich Glück haben oder eigentlich ist ja alles schön, Schokolade, Kaffee und Gummibärchen. Aber ja, klar, da habt ihr ganz viele Möglichkeiten, was ihr da so drunter schreiben könnt. Und ich werde das jetzt so machen. Jetzt als nächstes braucht ihr die Folie und müsst, ich ziehe die einfach mal so komplett ab und müsst dann jetzt hier diese Kreise so drauf machen. So, dass jetzt hier vorne die so eine Klebeschicht drauf haben. Und jetzt schneide ich hier einfach wieder rundherum die Folie ab. So, man kann das Ganze noch so ein bisschen fester dran drücken jetzt. So, und das mache ich mit den anderen jetzt auch. So, die drei Kreise sind jetzt so beklebt und die werde ich jetzt mit Flüssigkleber hier auf der Karte befestigen. So, das muss jetzt sehr gut antrocknen. In der Zwischenzeit werde ich jetzt schon mal aus diesem roten hier nochmal mir sowas auslernen, was ich hier oben drüber klebe, wo ich dann drauf schreibe, bitte frei rubbeln. So, wenn alles gut angetrocknet ist hier, werde ich jetzt mit meiner Farbe hier ganz vorsichtig silberne Farbe drauf tupfen. Und diese Farbe ist zum Glück so, dass man die, wenn die gut angetrocknet ist, dann einfach richtig gut abkratzen kann, wie das eben bei so einem Rubbel los ist. Man muss natürlich aufpassen, dass es nicht durch scheint, dass man nicht irgendwie da durchlesen kann, was da drunter steht. Deswegen lieber eine Schicht, eine etwas dickere Schicht auftragen. So, ich habe jetzt überall Farbe aufgetragen und das muss jetzt richtig gut trocknen. Und dann ist das Geschenk schon fertig. Auf der Rückseite ist hier noch Platz, da kann man noch eine kleine Nachricht mit drauf schreiben. Und ja, wenn euch das gefällt, dann klickt auch auf den Daumen nach oben oder kommentiert das Ganze oder wenn ihr das Ganze verschenkt, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie derjenige reagiert hat oder vielleicht auch, was ihr da drunter schreibt, so als Tipp. Also ihr habt ja gesehen, ich habe Schokolade, Gummibärchen, Kaffee drunter geschrieben, aber man könnte ja auch eine Umarmung drunter schreiben oder auch Niete. Ist zwar ein bisschen gemein, aber vielleicht auch ganz lustig, wenn man mehrere Lose macht. Und ja, wenn es euch gefällt, klickt auf den Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!